Musik Können Sie den Nutzen Ihrer Leistung definieren? Den Nutzen meiner Leistung? Du schaffst es nicht, du wirst versagen, du bist ein Loser, dafür bist du zu blöd. Hier, hey, magst du Bier? Ja, bitte. Marco! Karrieremäßig habe ich schon den nächsten Schritt im Kopf. So als Kleid. Oder man klappt es da halt dann so rüber. Sowas sieht mir meine Mutter. Aus Lebenserfahrung weiß ich, dass die wenigsten Kinder geplant sind, das ist auch gut so. Die Garage reißt mir weg und dann bauen wir da oben drauf und dann kann der Martinezchen und Familie. Ja, ich kann nur sagen, Zubaumacher. Also arbeiten, essen, schlafen. Das ist es. Du kannst immer noch die Kamera für Urlaubsfilme hernehmen und das Studium weitermachen. Ja, mach das. Ich unterstütze dich da. Habe ich auch schon gesagt. Danke, 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 danke. Untertitelung des ZDF, 2020